Viele Länder beschlossen plötzlich, sich in Steuerparadiese zu verwandeln. Ich heiße Mark Morbius und bin Präsident von Templeton Emerging Markets, dem größten Schwellenmarktfonds der Welt, der über 50 Billionen Dollar verfügt. Wir haben unseren Sitz hier in Singapur und zahlen nur sehr geringe Steuern. Warum? Weil die Regierung von Singapur Geld und Investmentmanager, also Leute wie uns, in die Stadt zu locken versucht, um diese zu einem globalen Finanzzentrum zu machen. Deshalb müssen wir nur sehr geringe und in manchen Fällen gar keine Steuern zahlen. Ich finde nicht, dass ein Investor für die Ethik oder für die Umweltverschmutzung der Firma, in die er investiert hat, oder für was auch immer, verantwortlich sein sollte. Das ist nicht sein Job. Sein Job ist es, zu investieren und für seinen Kunden Geld zu verdienen. Und das ist es, zu investieren und für seine Kunden Geld. Das ist, zu investieren und zu investieren,